Hallo, das ist Martin vom TV Rheital. Heute kommen wir mal ein Städtlifest nach Zerganz. Ich hoffe, man sieht es gut. Und ja, das Wetter ist so, dass man sicher einen Schirm dabei haben sollte. Und darum erwarte ich mir ein relativ spannendes Bürostuhlrennen. Auf das freue ich mich schon sehr. Und mal schauen, was da abgeht. In dem Fall, bis gleich! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.